Vincenz Rohrer, das perfekte Auswärtsspiel gibt es nie, aber wie nahe waren wir heute dran? Wenn man 5-2 gewinnt gegen so eine schnelle, gute Mannschaft, dann hat man sicher viel richtig gemacht. Ich glaube vor allem auch im dritten Drittel, dass man sich hier noch einmal richtig durchsetzen konnte. Das wurde angesprochen in der zweiten Pause. Das ist natürlich sehr wichtig, wenn man das auch durchführen kann. Wir haben das zweite Goal geschossen, wir kommen in die Eiszeit im Powerplay. Wie erleben Sie die ersten Spiele mit der ZSZ-Lines? Ja, natürlich super. Der Coach gibt mir so viel Vertrauen. Es ist natürlich auch viel leichter, hierher zu kommen. Auch mit den ganzen Teamkollegen. Sie versuchen mich immer zu pushen. Das vereinfacht es natürlich alles.